Hallo, ich bin der Michael Lehmann, die meisten nennen mich Michel. Tätig bin ich in der Firma sehr vielseitig, an der Wasserstrahl, Plasma, Laser, Schneideanlage oder auch an der Handfertigung oder an Schneidplatter. EDT finde ich als vielseitigen und innovativen Arbeitgeber, der auf die Umwelt achtet und zukunftsorientiert ist. Ich bin ein EDTichter, weil ich flexibel und vielseitig einsetzbar und stets an neuen Aufgaben interessiert bin.